Ey Jungs, könnt ihr euch vorstellen, dass wir hier am 5. und 6. gegen die Barskets unser Vorbereitungsturnier spielen? Klar, warum denn nicht? Ich mein, der neue Parkettboden muss ja noch verlegt werden. Ach, das wird schon. Und die orangenen Wände, was ist damit? Das kriegen die auch hin. Ja, vergesst nicht, wir kriegen drei neue Anzeigen. Eine große dahin und jeweils eine und eine da an den Seiten. Und die neuen 24-Sekunden-Anlagen, ich weiß nicht. Ja, Viktor, klar, wenn die Parkettboden schaffen, die orangenen Wände, dann schaffen die auch noch die drei Anzeigetafeln und die neuen 24 Kunden. Wisst ihr, was dann der Oberhammer wäre, wenn wir neben die große Anzeige noch zweimal drei Meter große LED-Leinwände hätten? Dann hätten wir ganz neue Möglichkeiten im Sponsoring. Ja, und überlegt mal der Mannschaftseinlauf, eine ganz andere Qualität. Oder man könnte oben Statistiken während des Spiels anzeigen lassen. Ja, klar, Spielszenen, Werbevideos, alles möglich. Das würde das Event hier auf ein ganz anderes Level bringen, wisst ihr das? Ja, ja, Viktor, aber die LED-Wand, das ist Träumerei.